Unser Highlight im Brillenbereich auf der diesjährigen ISPO, auch mit dem ISPO Gold Award ausgezeichnet, unsere X-T1 Brille. Das Besondere an dieser Brille liegt nicht am Glas oder am Strap oder wie man es bei anderen Brillen oft kennt, an dem Antibeschlagssystem, sondern wir haben wirklich am Rahmen gearbeitet und wir können auch bei einer Brille jetzt das erste Mal von einer Anpassung an das jeweilige oder speziell an dein Gesicht sprechen. Wie funktioniert das Ganze? Sieht man hier in dem Bereich eigentlich ganz schön, auch farblich schön abgegrenzt. Die äußeren Bereiche sind abgekoppelt vom restlichen Rahmen. Das heißt einfach, ich habe hier auf der äußeren Seite ein deutlich weicheres Material, das viel besser an die Gesichtsform anschmiegt und dadurch, dass es getrennt ist vom restlichen Rahmen, sich auch deutlich besser an jede Passform oder an jede Gesichtsform anpasst. Von dem her ein Drücken auch auf der Nase oder an der Seite ist es bei dieser Brille nicht mehr gegeben. Wirklich unsere Neuentwicklung für nächstes Jahr und auch ausgezeichnet mit dem ISPO Gold Award.